Hallo zusammen! Hör auf, Zibung! Das sind alles Chips, die ihr gewinnen könnt. Und zwar für die Luzerner Messe. Wir verschenken ein Säckchen voller Chips. Da könnt ihr auf die Bahn fahren, ein bisschen Spass haben. Und zwar postet euch jetzt ein Video auf der Radio Pilatus Facebook-Seite. Und sagt uns, warum ihr das Säckchen voller Chips wollt. Und ein Chip, das ist dieser hier. Für einen Condor, für einen Kettenflieger. Da könnt ihr weit durchgehen. Und dann seht ihr über die ganze Stadt Luzern. Viel Glück und viel Spass!